Hallo zusammen und willkommen zum Krieg gegen Order oder auch Legion, Bataillon, wie auch immer. Und wir haben gerade ein Board Reset gehabt und jetzt versuchen wir uns mal auf die Schwächlinge zu stürzen, weil ich kann ja nichts. Und mal schauen wie das läuft, ob ich mit den Schwächlingen klarkomme. Brauche ich einen Clans für mich oder für den Gegner? Ja, brauche ich. Dann zack zack und los geht's, würde ich sagen. Hoffen wir mal auf ein bisschen Gelb, viel Gelb, das sind 5 Sniper. Ich wollte gerade sagen, sobald wir unseren Mika aktiv haben, ist das ein Selbstläufer. Aber die müssen wir erstmal aktiv bekommen mit dem Board hier. Uiuiui, das ist weniger schön, wie das hier losgeht. Bisschen Gelb wäre schön, nein, das ist nicht mein Board. Hoffen wir mal, dass die uns jetzt nicht hier aus dem Leben schießt. Ah, die hält was aus. Oh. Aber die machen auch Schaden. Okay, ein bisschen Gamble. Hat sich nicht ausgezahlt. Okay, dann müssen wir halt den Diamanten nehmen. Bitte. Oh mein Gott. Ja, okay, ist jetzt nicht das Schlechteste. Können das hier machen. Können sie noch ein bisschen als Puffer nutzen. Spiel mal hier rein. Ja, jetzt ist mein Mika-Waff weg. Ich hätte die Ere auslösen sollen. Ah, Mariana schlägt noch nicht zu. Das ist schon mal gut. Oh mein Gott, das läuft gerade alles nicht so, wie ich es gerne hätte. Ey, stopp. Ist der Wahnsinn. Ist der Wahnsinn. Oh mein Gott. Jetzt gegen dieses Team, das schiefläuft, ist echt traurig. Weil eigentlich ist das mega schwach. Bitte auf Regat. Ah, prima. Hey, stopp. Boah, ist das bitter. Gegen dieses Team. Tja. Was willst du denn machen? So, zack, 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 zack. Ach herrje. Tja, jetzt kriegst du doch hier selbst Läufer-Teams. Reicht das, um ihn unter die Hälfte zu treffen? Ja, das hat gereicht. Können wir ihn wegmachen? Ja, prima. Verfehlt, hätte ich auch andersrum spielen können, wäre es sicherer gewesen. Ja, aber... Hätte ich das Board vorher beim Anscheinversuch gehabt, wäre es auch ein Anscheinversuch gewesen. So, wie die Geier stürzen wir uns auf die. Nochmal fünf Sniper. Ne, wir nehmen die langsamere Variante, würde ich sagen. So. So, so, so. Zwei rote Matches. Nicht genug. Sehen wir hier irgendwie eine diamantene Möglichkeit. Schwierig. Vielleicht eine grüne? Ne. Spielen wir mal ein bisschen in die Breite. So, das ist okay, wenn da nicht aus Versehen eh noch mit Auto-Attacks stirbt, was fast passiert wäre. Na, komm schon. Machen wir den. Schenken wir uns jetzt mal... Ach ne, die Marjali... Oh, muss die jetzt auslösen. Ist okay. Die hält eine Menge aus. Zack, zack, zack. Zack, zack. Den Junior interessiert mich gerade nicht. Sie hält zwar eine Menge aus, aber so viel dann doch nicht. Mal mit dem. Wie auf Willen, der sich noch wiederbelebt, der Gute. Ne, nicht nochmal. Gut. So, dann suchen wir uns eine Ursena. Zack. Oder Zack. Dann nehmen wir die hier. Ja, die nehmen wir einfach. Und... Und... Pardum... 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 Zack. Wir wollen noch mehr Grün eigentlich, es reicht uns nicht ganz was wir in Grün haben. Lila brauchen wir ja auch, ok das reicht uns an Grün, ich soll es ja wegen mir auslösen. Und den gehen auf die linke Seite, so zack zack. Wir nehmen bewusst die linke Seite, weil wir da mehr spielen wollen. Alter jetzt verreckt doch einfach, danke. So zack, holen wir uns wieder Grün ran, der verreckt jetzt am Gift. Ne tut er nicht, verreckt jetzt da ran. So und dann gucken wir uns erstmal an, ob beide denn, ja bekommen beide und gefährlicher ist eindeutig der Drake. Blind machen ist gemein und fies. So machen wir den, das ist wunderbar. Mal die Heilung kurz anschmeißen, safety first. Und freuen uns über den nächsten One-Shot. So, jetzt haben wir noch unser Anti-Minion Team und unser blau-lila Team. Anti-Minion Team. Ja, probieren wir doch das. Oder blau-lila gegen die. Blau-lila gegen irgendwas. Und die Minion Team, das erste Mal. So. Colleges. So, zack, 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 zack. Los geht's. Das ist gut grün. Reicht uns das? Wir spekulieren auf einen Diamanten, schade. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Eigentlich mega schade, muss ich sogar sagen. Jetzt brauche ich nämlich hier erst mal ein bisserl. Das ist gut. Ich brauche auch rot. Naja, wir müssen das so machen. Ich kann jetzt nicht auf den Gormek warten. Das dauert zu lange. Das dauert viel zu lange mit dem Gormek diese Runde. Ich krieg keine roten Steine und keine roten Matches. Oh mein Gott, das könnte richtig übel ausgehen. Das könnte nicht nur, das geht richtig übel aus. Da machst du nix. Da hast du keine Chance. Ach herrje. Das wird wieder so eine 200 Punkte Runde, die mich mehr ankotzt als freut. Obwohl mein Ziel immer noch sind, 200 Punkte jedes Mal Minimum zu holen. Aber mittlerweile ist das hier halt wirklich Minimum. 2 Wand und 2 Duschhaut ist halt nicht optimal. Und man muss mit dem Boot das jetzt auch erstmal hinkriegen. Das ist ja noch die dritte Variante. Komm. Kein Diamant. Zack. So. Sei nett. Ja. Ja. Jawohl. Grün ist auch weg. Da kann sie wegen mir direkt auslösen. Raphael AMO gleich am Start. Zack. Warum war der Regat jetzt nicht geladen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ach komm schon. Ach. Ist das nervös. Wie oft kann die denn ausweichen? Das ist ja eine Frechheit. Das ist ja eine massive Frechheit. Okay. Komm schon. Das geht gegen den Baum. So. Regat überlebst. Oh mein Gott. Naja gut. Huiuiuiuiui. Das war ja fast nochmal ein Drama. Aber so schnell ist der Krieg vorbei für uns. 218 Punkte ist nix. Also nicht viel. Und unsere Dev. Bisher natürlich. Two Shot. Und Two Shot. Okay. Noch kein One Shot gegen uns bei 4 Angriffen. Ist okay. Aber offensiv haben wir nicht geglänzt. Man müsste es nochmal reviewen ob da irgendwo was besser zu spielen ging. Oder ob wir einfach nur Anlag hatten was die Boards angeht. Aber ich bin ziemlich sicher dass da irgendwas besseres ging. Ähm. Ich bedanke mich trotzdem auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ähm. Endergebnis seht ihr morgen nach Ende des Kriegs. Ich bedanke mich. Beziehungsweise heute. Je nachdem wann ihr es seht. Bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Tut mit. Wil. comer? en